Nach dem Pfeffnitz Nach dem Pfeffnitz Das geht so Ja 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 Die Flügel ist in der Nähe der Flügel. Angekommen um 22, nun ist es, naja, 25 und nur geht nämlich eine Minute falsch und jetzt steige ich hier wieder ein. Was interessant ist, dass auch hier in Schönberg am Bahnhof der Motor ausgeschalten wurde. Das ist natürlich selten. Ich finde es ist wohl tragisch. Aber ich fahre auch gerne nach Sigmund Herberg, weil da kommen einige, das filmen wir, oder in Krems auch. Oder in St. Költen. Ja, gut. Ja. 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 Vielen Dank.